Damit sind wir bei den aktuellen Corona-Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern 3.448 neue Infektionen registriert, 994 mehr als vergangenen Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats vervierfacht, liegt jetzt bei 20,4. Außerdem meldet das RKI 24 weitere Todesfälle. 93,7 Mio. Impfdosen sind inzwischen in Deutschland verabreicht worden. 94,7 Mio. Impfdosen sind in Deutschland verabreicht worden.